Hallo, hier ist naru2986. Herzlich willkommen zu Resident Evil 7 Part 24. Ja. Tut mir leid, dass ich gerade nicht, das ist Part 24 und das tut mir auch, habe ich vorhin auch schon gesagt, aber es tut mir auch leid, dass ich jetzt eine Weile nicht aufgenommen habe. Momentan, ich habe erstmal eine Weile gar keine Lust gehabt und ich bin erst vom Urlaub auch wieder zurück. Das ist schon lange jetzt her und dann habe ich gerade keine Lust mehr gehabt und deswegen, wir machen jetzt da weiter, wo wir auch aufhört haben. Warum hassen mich alle? Es tut weh! Es tut weh! Es tut weh! Ich soll es auch. Verdammt! 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 Du vielleicht, dann ist es. Verdammt! Esrew mir. Verdammt! Verdammt! UNTERTITELUNG Oh mein Gott! Es tut weh! Es tut weh! Es tut weh! Aber das ist eigentlich nur Sprengerge. Verdammt! Verdammt! Ich war so Hölle! Nein, nicht mehr, aber du. Komm! 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 Ich wollte auf Zeit! Mein Gott! Endlich! Komm schon! Komm schon! Ich bin der Blatt, ich bin der Blatt! Ich bin der Blatt! Ich wollte nur eine Familie. Ich will sie da hinten hin. Nimm die scheiß Waffe da hinten. Die Waffe! Schluss mit den Spiegchen! Was ist denn das? Ich will sie da hinten hin. Ich will sie da hinten hin. Ich will sie da hinten hin. Endlich, mein Gott sei Dank. Wir haben das Finale erreicht. Ich will sie da hinten hin. Ich will sie da hinten hin. Dann haben wir sogar Zeit gebraucht, wie die Steuung noch funktioniert. Wir haben es immer noch gut rausgehabt, klar! Ja! Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das ja lange gedauert? Jetzt haben wir auf Wrestling League Sieben endlich komplett durch. Endlich komplett mit dem Waren. Ah, Mia. Hi. Mia. Du hast es geschafft. Ja, das stimmt. Ich bin froh. Darf ich? Hab ich ein bisschen konzentrieren müssen gerade. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Richtig. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Ja. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Das stimmt. Das war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Richtig. Aber jetzt ist Evelyn tot. Genau. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das stimmt. Ich hatte gerade Mia's Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Ja. Ja. Resident Evil 7, Beer Hearth. Jetzt mal Resident Evil komplett durch. Ja, ich hab mich mal ein bisschen konzentrieren müssen. Ich bin immer die ganze Zeit, wo ich dann, bevor ich am nächsten Tag in Urlaub gefahren bin, hab ich es dann bis dahin gespickt gehabt. Deswegen war es so. Ja, ich bin immer ein bisschen länger. Ich bin immer ein bisschen konzentrieren. Ich bin immer ein bisschen konzentrieren. Oh, ja. Ja. They locked me up and took my soul Shamed of what they made Go tell that roadie Go tell that roadie Go tell that roadie That everybody's dead Go tell that roadie Go tell that roadie Go tell that roadie Hotel and Rodey Hotel and Rodey Hotel and Rodey Hotel and Rodey Everybody's 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 Done Capcom Jetzt bin ich wieder da und Jetzt hab ich wieder aufgenommen und jetzt nehm ich auch wieder weiter auf Für immer Und muss halt dann gucken was ich halt wieder aufnehme Weil momentan hab ich keine Projekte mehr Aber die DLCs werden wir aufnehmen Vom siebten Teil Noch Aber sonst hab ich keine Projekte wo ich aufnehmen kann Dann muss ich erst nach den ganzen Projekten Ja Ja Weil Ja 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 Das kann ich noch spüren. Ich wollte mich nicht mit dem anderen machen. Machen wir. Schwierigkeit normal. Spielzeit so. Neuversuche sind 32. Klar, wie auch. Halbantige Münzen. 13 von 18. Oh. Akten gelesen. 26 von 32. Inventarbox geöffnet. 43. Stabgebissierer verwendet. Was? Stabgebissierer verwendet. Ich weiß gar nicht, was das war. Dreimal und andere Dinge. Null. Okay. Gut. Hier mehr. Dann Playstore. Sehr gut. Wirkend. Müssen wir dann gleich gucken, was das alles ist. So, damit beenden wir jetzt den Part.